Herzlich willkommen zu meiner neuen Projektvorstellung. Ich habe mich für Crysis 3 entschieden. Das kommt morgen in den Handel. Ich bin gerade über Urgen am 21. Februar. Man preload, das heißt ich kann es im Voraus jetzt schon aktivieren, bin es also im Installieren und werde morgen direkt loslegen und sehr wahrscheinlich morgen Abend dann das erste Video hochladen. Ich hoffe ihr habt Spaß damit. Bis demnächst, euer Jojin.